Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Cray of High Oder sowas in die Richtung Cray of High? Wir haben das Viech grad nochmal hierher gelockt Er kann wohl nicht weiter als bis zu der Schwelle Aber wir haben jetzt ein Problem, wir haben nicht genug Munition damit zu töten Echt nicht Du musst es versuchen, wir müssen es versuchen Nachladen Ja warte, ich schieß einen Schuss rein und ich hab keine Munition mehr Nachladen Ich schieß ihn in den Mund Ich auch schon die Gunz Das würde ihm sehr weh Möchte ihm gerne mal in den Sack schießen Ach, er hat ja keinen Er hat mich geforkuszt Okay Das ist der Batem Das ist die falsche Waffe Er ist tot Oh mein Gott Wie klappt der zusammen? Wie? Okay, die Viecher kann man verarschen Jetzt lass uns nochmal einen Blitz abwarten, ob da hinten wirklich nie noch was steht Dann kommen gleich nochmal so drei von denen Scheinlich Dann renne ich einfach durch Zu aller Yolo Ich glaub nicht mal, dass wir das können Weil wir auf diesem Steg ja auch nicht Wir können ja auch nicht über die Ecken springen Aber das Steg teilt sich da vorne, das weiß ich noch Glaube ich Da war nichts großes mehr, oder? Nein! Ha! Hohohoho Du hast reingerannt, Alter Hörst du das? Ich höre komische Ambienz Ambienz Da liegt Munition, da liegt Munition auf Boden Hallo Ich schnappte die im Vorbeispringen Im Vorbeispringen, beim Laufen war gemeint eigentlich Hier liegt Shotgun Munition, hast du noch welche? Ich hab keine mehr, ne Okay, dann nimm die Oh Hab mir die Munition geschnappt Eins glaub ich Ähm Kannst du die Agro pullen und ich kann das Viech verarschen? Wie? Äh, dass du so ein bisschen hinläufst, dass es nach dir schlägt und ich klau mir die Muni Äh, wir können es versuchen Wobei ich hab genug Munition eigentlich Achso, na dann Ich hab drei Magazine für die Waffe Springen drüber und sammeln die Munition einfach auf, hab ich auch gemacht Jetzt hab ich vorher gegen die Wand Nein! Ah! Warte, was liegt da? Da liegt noch so eine Lee Enfield, ne? Irgendwatt, ja Das sieht aus wie eine Waffe Oh Gott Hab sie Cool Ich nehm aber schnell meine Zeringe Weil da liegt nämlich noch eine rum Und ich glaub ich gar nicht so schlecht Ich bräuch dann auch noch eine Also wenn wir noch eine finden, wär ganz cool Ja Oh, ja Irgendwo muss doch sicher eine liegen Gehst du links lang, ich geh rechts Oder hast du noch eine Zeringe? Nein, ich hab keine mehr Nee, dann schlapp dir die hier Nee, nimm du die Du hast auch keine mehr Ja, aber ich hab jetzt 100 Leben Ich hab meine Ich bin fast tot Oh Gott Bitte sag mir, dass die Zeringe Ich hab keine Ich hab nur noch 10 Leben Oh Gott Wieso kommt dann noch so ein Fettsack? Als ob die zwei nicht schon genug wären Nein Schmeiß doch einen dritten ins Spiel Ich brauche eine Krasse Ich brauche eine Krasse Oh mein Monster Da geht mir keiner auf die letzte Lust Pass auf, wir nehmen den anderen Weg Wir verarschen ihn irgendwie Wir gehen ihn rechts rum Er steht schon mitten auf der Fläche Wichs Fuck Aber wenn wir rechts rum gehen Dann könnten wir ihn vielleicht verarschen Oh Kishi Aber dann stirbst du Vielleicht Fuck Scheiße, warum hab ich meine Zeringe auch gebraucht? Ich hätte die jetzt geben können Ja, du hattest auch kein Leben mehr Ja, aber Du hättest jetzt genauso wenig Leben wie ich Weil ich zweimal durch diese Viecher gerannt bin Weil ich nicht mehr rennen konnte Weil ich einfach nur noch Alter Ich glaub ich geschrien Ich glaub wir hätten die Viecher erschießen sollen Aber wir haben jetzt gute Waffen Wir können uns auch nicht töten lassen Ja, wir, wir, ja Wobei, warte mal Ich hab für die Glock keine Muni Ich hab ein Scharfschützengewehr Lag da hinten vielleicht noch irgendwo in der Zeringe Ich hab ein Scharfschützengewehr Warum? Achso, ja stimmt Kill ihn Ich kann ihn nicht mal sehen Aber warum hab ich ein Scharfschützengewehr Hast du auch eins? Nee, ich hab keins Du hast das einzige aufgesammelt Gönn dir aber reichlich Warte, wie heißt das Ding? Das ist ein Sniper Geil Ich hab ne Remington 78 Shotgun Die hab ich auch Aber hast du nicht auch so ein Gewehr? Nee, so ein Gewehr nicht Das lag da nur einfach rum Ich kann seinen Kopf nicht mal sehen in der Dunkelheit Warte mal Ich spring mal so nah ran, dass ich ihn sehen kann Oh, hi Oh, er bewegt sich wieder Aber er packt ein bisschen fest Zum Glück Ja, toll Die Waffe verzieht auch zum Glück nur ein bisschen Oh Gott, ich treff ihn überhaupt nicht Ich glaub ich treff ohne Ziel besser Oh, er kommt Ich merk's, ja Hab ihn getroffen Ist er tot? Nein Ah, du bist lustig Der hält ein bisschen mehr aus als seinen Schoß Aua, ich bin tot Scheiße, nein Wieder belädt mich Aua Aua Aua, ich sterbe Au Ich bin tot Ja, okay Ähm, das war jetzt scheiße Ja, das ist super Wie habt ihr das gemacht? Wir haben noch 10 Minuten Wir haben es geschafft Ja, okay, wir machen das jetzt so Wir haben jetzt eh Wir können von hier an jedes Mal wieder neu starten Wir haben ja immer die gleichen Equip Wir töten einfach alles Wir töten diese Viecher, weil die machen echt Schaden Ja, die machen noch echt Schaden Ich glaub ich bin rausgeflogen Oh ja, mein Spiel hängt Du kannst Ich glaube, Fraps und mein Spiel stürzen gleich ab So, wie meins? Ja Okay, warten wir nochmal kurz Warte auch noch Normalerweise nimmt Fraps auch noch auf, wenn das Spiel keine Rückmeldung gibt Was hast du dieses Spiel? Ja, es ist schuldig Fraps nun teilweise sogar noch auf, wenn du aus dem Spiel rausgetappt bist Ja, ja, das ist was anderes Ganz komisches Programm Ganz komisches Programm Ja, ne, also mein Cry of Gears am Arsch Also ich, äh, mach das jetzt mal zu und mach Server neu auf Bis gleich, Leute Bis gleich Ja, da sind wir wieder Wir haben ein kleines Problem Ja Wie man jetzt vielleicht an unseren Waffen sieht An unserem Inventar fehlt uns eine Waffe, nämlich die Glock Ähm, und zwar mussten wir grad das Spiel neu starten Über Befehle Oder besser gesagt, wir mussten den Server neu starten Ähm, halt hier jetzt noch das Ringe Nimm die zu Ringe Ich hab eine Oh Lass die da liegen, für Notfall Ja, ja, okay Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt überhaupt noch schaffen können Ja, wir werden's versuchen Wir müssen jetzt diese Viecher auf jeden Fall ignorieren Wie viele Magazine hast du für die USP? Hübschiss der Ähm, das volle Magazin, das ich aktuell drin hab und noch eins Okay, ich hab das volle Magazin und zwei Das heißt, wir haben 8,16,24,32,40 Schuss plus 10 Shotgun Ich hab 10 Shotgun und du? Auch Ich hab 5 Oh, okay, dann haben wir 15 Shotgun Hoppala Wie sagst du 10 Shotgun? Ich hab noch eins gefunden und aufgehoben Okay, wir müssen jetzt erstmal die großen beiden töten Ja Dann gehen wir links lang und töten Oh, da kommen schon die ersten Witches Da kommen Nutten, lauf zurück Ich will auf die keinen Schuss verschwenden Ich will auf die keinen Schuss verschwenden Lass sie da stehen Nein, wir müssen nicht, die schlagen nicht so doll zu Lass mich mal hier Du Junge Ich red mal mit dem Mädchen Mädchen Komm mal, komm mal einen Schritt näher Mädchen, komm mal einen Schritt näher Also, jetzt packst du erstmal die Waffe weg Dann halt deine Schnauze Halt deine Schnauze Schlampe Halt deine Schnauze Schlampe Schlampe Dreckig Schlauze Oh Gott Dreckig Schlampe Misch Misch betragen mit meinem besten Freund, ja fuck So, äh, so machen wir das jetzt Scheiße So machen wir das jetzt Ja Da kommt glaub ich schon die nächste Oh, kommt sie? Nein, noch nicht Jetzt kommt sie Oh, da kommt sie Aua Aua, es hat mich getroffen Mich auch beim Zurücksprengen Hahaha Ich hasse dieses Geräusch, was die Freunde sich geben Ich hasse das Mensch schon? Hast du meinen Freund gef... Aua Nicht hinter mir stehen, Digga Nicht hinter mir stehen Sorry, ich hab... Hör auf den Fall zu beseitigen Oh mein Fotze Was ist denn Problem, Junge? Wir sollten einfach zu zweit drauf gehen und zweimal drauf schlagen Wir können übrigens auch so zuschlagen Wie? So Wir können so zuschlagen und so Wie machst du das? Äh, mit rechter Maustaste Geht bei mir nicht Kann man irgendwie einen Aufladeschlag machen? Nein Man kann aber schlagen gedrückt lassen, da hinten So Äh, dann schlägt man durchgehen Kommt da noch jemand oder... Ich glaub ich warte jetzt einfach hier hinten und gucke ob da noch irgendwo eine Bitch ist Und wenn nicht, dann sag mir Bescheid Oh, da ist einer Na dann komm mal her Oh, ich bin zu früh gesprungen Ich weiß schon wer gleich das mal aufhören braucht Scheiße Ey Mädchen, Mädchen Du bist ja ne Süße Ey Bitch Lässt er dir die Haare... Aua! Wieso kann er so weit schlagen? Okay, auf drei, okay? Eins, zwei, drei Ja, geh weg Oh Gott Nimm die Sirenche, du stirbst man Ja, jetzt Wiederbeleb mich einfach Das kostet keine Sirenche Ja, warte Ja, ich musste die Bitch erst töten Wiederbeleben kostet keine Sirenche, glaub ich Ich weiß auch nicht, ob man ein 100% Held dann hat, weiß ich nicht Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich eine 10 oder so Ne, 30 Oh, drei Aua Ah, ah Falsche Richtung Du bist so ein richtiger Held Ähm Ich logg die jetzt an Nach und nach Und dann töten wir die So wie jetzt gerade Ich glaub wir sollten erstmal Weiter eine Sirenche nehmen Nein, das ist... Ich brauch auf keinen Fall eine Ich sterb wahrscheinlich gleich sowieso wieder Hm Ich geh jetzt das Risiko ein Okay, ich... Äh, geb mir dabei Drogen Oh Gott! Da kommen übrigens gleich drei Ich bin tot Nein, komm Oh fuck, nein Ich kann dich da nicht wiederbeleben Kommen die zu dir? Ich glaube Ich kann dich da nicht wiederbeleben Sie liegen da Also sie stehen da einfach nur Ich weiß nicht ob... Kann ich grad trotzdem nicht wiederbeleben? Nee, kannst du nicht Scheiße Ach nee, jetzt verlierst du deine Waffen Und was dann? Mach mal, mach mal Versuch mal Aua Okay, lauf, lauf, lauf Aua, Aua, ich versuche Wird zu leben Ja, scheiß drauf Scheiß drauf Ich verliere meine Waffen Egal Dann mach ich diesen Unlocker Ich hab meine Waffe So kriegt man unendlich Munition Wie? Ja, immer wieder sterben Oh Achja, stimmt Keine schlechte Idee eigentlich Haha Ähm, Vorsicht, da ist so ein Ding Ich komm näher Ein ganzes Magazin von der Waffe Willst du mich verarschen eigentlich? Lass mich mal kurz Okay Na du kleiner Hurensund Ohohohoho Scheiße Aua Du hättest die Respawnzeit auf eine Sekunde machen sollen Er hat dich, ähm, beendet Ziemlich hart Wie kommst du da drauf? Ich jag mir jetzt ein Magazin durch den Kopf Dann lass mich die Feder töten Ähm Okay, ich schieß aber ein bisschen Shotgun auf ihn Wenn das in Ordnung ist Nee, 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 Waffen Munition sparen, Munition sparen Ja, aber so viel sparen müssen wir jetzt auch wieder nicht Nachdem wir nen Trick gefunden haben Ja, aber so kriegen wir nur Pistolen-Munitionen Na ja, aber Immerhin Und, äh, soll ja jetzt auch nicht Ewigkeiten dauern Sonst wird langweilig für unsere Zuschauer Wir können auch kurz die drei Viecher ohne Zuschauer beenden Hm Das wär auch wieder doof So, jetzt schieß ich auch mal ein bisschen mit meiner Vesoli Der ist langsam Der ist tot Da steht übrigens noch einer Oh Gott, das Viecher hatte ich vergessen Ich kann nicht mehr laufen Das ist doof Man kann auch überlaufen, ohne über die drüber springen Komm her Hey Ja, Katzen, Katzen, Katzen Knopf, Knopf, Knopf Komm her Oh 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 Ich schwöre, wie er der Back Hört dann hier plötzlich auf Oh, wo das Tod geprüftelt Au Jetzt bin ich nicht beendet Hat sich beendet Hat sich beendet Dieser Kommentar, die hat sich beendet Ja Hat er ja auch schon Ich könnte mich jetzt wiederbeleben Aber ich, das bringt nichts, was keine Munition Ja Er backt fest Ist doch gut Ist doch gut In den Kopf Ja Hat er bei Ja, warte kurz Dann schiede ich mein rechtliche Magazin wollen Ich glaube, er hängt an der Leiche fest oder so Ne, er ist zehn Meter vormann der Leiche, Digga Oh, doch, er hängt an der Leiche fest Jetzt kommt er mit 20 näher Okay, das hört sich nach keiner Munition an Dann mach ich mal wieder mit der Stadt gern weiter Was zum Okay, merke, er kann sehr weit schlagen Ja Noch leb ich Ja, ich sehe Er ist tot Buchensohn Ja Ja Der hat den Problem Hast du gerade Munition aufgesammelt? Ja Okay, dann komm ich mal zu dir Ja Da liegt noch Shotgun-Amonie für dich Oh, geil Ähm Ich seh ja Ich töte sie Kostet ein Magazin, scheißegal, liegen zwei Ey Oh, verkehrt Was? Du bist mir grad voll in den Schuss geräumt Sorry Oh Gott, mein Leben Ich bin auf 40 Leben Ich bin auf 50 Ja, das ist nicht so optimal Ähm, ein Magazin davon ist bestimmt für die Glocke, oder? Ich hab keine Ahnung Sammel mal eins auf Hm? Sammel mal das hintere auf Das, das, was näher bei mir liegt? Nein, das hier Das, was näher bei mir liegt, ja P345 Magazin Okay, waren die gleichen Ja, ich seh ja Vorsicht, da kommen noch mal irgendwo aus dem Wasser Arsch-Kreaturen Ja, da Genau, hier Hopp Ja Okay, ich dachte auf der anderen Seite Das ist der Timer Leute, und damit würde ich sagen, bis gleich Äh, tschüss Tschüss Danke Gleich noch ein Part Ja Jetzt ist ja grad nicht so Schrei Ja, jetzt ist nicht so Schrei und nicht so Gruseln und nicht so Sterben Ja, das ist auch noch nicht so Korko